Zum Wohl die Pals, herzlich willkommen zu unserem Pelzer Stammtisch und passend zum Pelzer Stammtisch und passend zur Jahreszeit retten wir heute über Woi-Feste, weil wir sind nämlich Kinder der deutsche Weihstrohs und haben gedacht, es ist passend zum Thema, weil am Wochenende ist nämlich und haben gedacht, es ist hier ganz praktisch über Woi-Feste oder Woi-Kerbe zu retten. Jetzt für alle Leute, die nicht wissen, was ein Kerb ist, Kerb ist ein Weihfest oder Weinfest, was in jeder Ortschaft der Region mindestens einmal im Jahr stattfindet. So, oder Uschl? Jo. Bei uns in der Region ist es so, das erste Weihfest ist in Kaltstadt, immer zum 1. Mai-Wochenende und das kalte Weihfest geht zwei Wochenende. Ich weiß nicht, ob es noch zwei Wochenende geht, früher war es mal so, aber ob es immer noch ist, weiß ich nicht. Achso, ja, weiß ich auch nicht. Und das letzte Weihfest ist bei uns, die Bockhummer-Kerb, die ist glaube ich im Oktober, oder? Nein, das ist Winzerfest. Bockhummer-Kerb ist noch Aslem. Noch Aslem, okay, das Winzerfest ist das letzte und das ist aber im Oktober, ne? Ja. Und dann haben wir noch das grächste Weihfest der Welt, nämlich den Wurstmarkt. Der ist immer, glaube ich, das zweite und das dritte Septemberwocheend, gell? Ja, Wurstmarkt fängt am 6., glaube ich, schon an September. Na ehrlich, das erste und das zweite Wurstmarktwocheend. Septemberwocheend, so. Genau. Genau. Und im Prinzip kann man sagen, bei uns in der Region, im Rhein-Main-Gebiet, ist es dann meistens so, dass die Diskotheke eher weniger besucht sind. Oder so war es halt früher immer, ob das halt noch so ist, weiß ich nicht, aber zu unserer Zeit war es so. Weil im Sommer geht man auf die Woi-Cab am Wochenend. Mittlerweile gibt es ja auch diese ganzen Beach-Clubs und Beach-Bars, wahrscheinlich sind die dann auch besucht, ne? Ja. Aber man geht weniger geschlossen in die Disco, sondern eher von einem Weihfest zum anderen, so Weihfest-Shopping. Manche Leute sind auch ganz hardcore, die gehen dann wirklich jeden Tag, meistens wahrscheinlich, wenn man aus dem Ort kommt, wo es Weihfest ist. Manche gehen Freitag uns am Tag, aber ja, also die Weihfest-Saison hat bei uns immer Anfang Mai auch angefangen, ne? Ja. Kann man sagen. Und bei uns wird auch, okay, also ich sag mal, wir sind die Region Weihstros, wo die Scholle aus dem Duppe-Glas getrunken wird. Ja. Und zwar ein Halb-Liter-Glas und nicht aus dem Stiel-Glas und nicht pur, sondern bei uns gibt es Weihscholle. Süß, sauer oder auch Pesching oder auch Bombe. Ja, für die Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist, also eine süße Weisherbst-Scholle, das ist ein Portugieser Weisherbst, ist das so auf Hochdeutsch, oder? Ja, genau. Also ein Rosé mit Zitronenlimonade oder ein Pesching ist ein Rosé mit Fanta oder eine saure Weihscholle wird wahrscheinlich jeder kennen. Oder es gibt einen Bombe, das ist Rotwein mit Cola. Genau. Gibt's noch irgendwas? Ne. Ne? Das war's. Ja gut, es gibt noch einen Zehner-Shop, aber das ist dann Schnaps mit Cola, ne? Ja, genau. Aber den gibt's ja nicht auf der Weihfüchte. Ja. Also in der Regel trinkt man bei uns auf dem Weihfüchte, wie gesagt. Also eigentlich so wie hier, ne, aus dem Pinder oder Pitscher oder wie das so amerikanisch hießt, bei uns ist es ein Duppe-Glas in der Regel. Ja. Oder man trinkt, wenn man anti-alkoholisch unterwegs ist, dann trinkt man Traubensaftschorle. Ja. Aber aufpassen, es kennt durch Pfeife. Oder es gibt auch manchmal, manche Winzer bieten ja so Sekko oder sowas auch noch. Ja, stimmt. Also Hugo und der ganze Gedöns und Sekko und sowas gibt's auch. Und es gibt auch eine Geschichte dazu. Also die Jessie und ich hatten unser erstes Aslöber Weihfüchte, wo wir Alkohol getrunken haben, mit 40 oder 50? 60. 60. Ja. Sicher? Ja. Was ihr hier trinkt? Wein. Das ist doch nix. Bei uns gibt's Schnaps. Ja. Aber Wodka O oder Wodka Bull oder Whisky oder egal was. Bei dem ist es so, finde ich zumindest, wenn man das trinkt, merkt man, okay, jetzt hör ich auf, weil sonst ist es too much. Und beim Weih musst du selber dein Level rausfinden und aufhören, weil sonst sagst du Kloschüsselgundach. So. Und wir haben pure Weih getrunken, also pure Weishabst. Und ich weiß nicht, noch einmal oder hatten wir schon zwei, also auf jeden Fall, wir waren schon gut dabei, ist die Jessie an die Theken, hat gesagt, sie hätte gerne pure Weishabstscholle. Und dann hat die Frage, und ich komme halt aus dem Dorf und ich weiß auch noch, wer hinter der Theke gestanden hat. Die Frau hat dann gesagt, ja, was jetzt? Ei, in pure Weishabstscholle. Die Frau guckt, ja, was willst du dann? Ei, in pure Weishabstscholle. Und dann habe ich gesagt, Jessie, pur oder scholle? Oh, ja, pur. Ja, soweit war es dann schon. Das ist the running gag. Und auf jeden Fall, wir sind dann irgendwann elf, zwölf, ich weiß nicht mehr, wann wir daheim sein mussten, elf oder zwölf sind wir dann zu uns, weil, wie gesagt, ich komme aus dem Dorf, Jessie hat dann bei mir geschlafen. Und dann habe ich über die Kloschüssel gehangen und die Jessie über dem Waschbecken. Und während dem Weifest haben wir meinen Vater noch getroffen gehabt und der hat zu uns nur gesagt, nicht mehr wie neu geht, ne? Und die Jessie, jo. Und dann hing die Jessie über dem Waschbecken und ich über die Toilette und dann hat sie mich angeschaut und dann hat sie gesagt, Jenny, nicht mehr wie neu geht, gell? Und am nächsten Tag, das ist bei uns so üblich, gibt es Sonntags Kerbeessen. Also meine Oma hat immer Kerbeessen gemacht. Und wir saßen dann wie ein Scheppesiviner in der Kurve. Und auf jeden Fall hat mein Vater uns da ein Glas Wäu hingestellt. Und allein vom Geruch haben wir schon gedacht, wir müssen brechen. Und dann hat er gesagt, man muss so anfangen, wie man aufgekehrt hat. Konterschuppen. Ja, konterschuppen. Dann haben wir gesagt, ne. Wir können nicht. Wir trinken nie wieder, haben wir gesagt. Aber es nie wieder hat ein paar Jahrzehnte gedauert. Ja, soviel zu unserer ersten Woifecht, Woikep-Story. Früher war es so, bei uns hat man sich immer am Dorfanger getroffen und war dann in der verschiedenen Höfe. Du warst dann halt Musik und dann gibt es halt regionale Bands, die sind ziemlich bekannt. Da freht man sich dann drauf. So wie das Palslied, was hier auf dem Bett so hoch und runter gespielt wird. Das ist von der anonymen Gitarichte, ne. Oder? Ist doch von denen. Ja, ist von der anonymen Gitarichte. Und dann ist man halt dort hier gegangen, wo man die Band gut fand. Also Bands haben ja auch immer gespielt. Aber sowas ist dann spätestens um 12 Uhr fertig mit den Bands. Und dann eigentlich so spätestens kann man es da um eins, maximal zwei, zwei fest rum. Dann gehen alle heim. Also man geht auch etwas früher auf ein Weifecht. Sagen wir mal so zwischen sieben und acht. In den jüngeren Jahren. Die ältere Generation geht wahrscheinlich schon so um fünf, sechs rum. Und dann auch ein bisschen früher heim. Ich kann das aber alles nur sagen vor Corona, weil nur Corona, muss ich sagen, während Corona, muss man sagen, gab es ja auch Gewei-Feste. Und es hat sich halt super viel geändert. Also zum Beispiel bei uns im Dorf ist es wirklich schade, wie viele Höfe nimmer mitmachen. Allerdings halt Wege der Auflage, die es gibt, von Security, Fluchtweg und so weiter, rentiert sich halt für viele nimmer. Für Höfe, die wirklich jahrzehntelang mitgemacht haben. Dann ist es so, dass halt Security notwendig ist, die steht und die Rucksäcke kontrolliert, dass keine harte Alkohol mitgeschleppt wird, weil die Schlägereien sind irgendwann in den Joren so ausgeartet, dass Leute halb totgeschlagen werden. Das muss man wirklich so sagen. Also es ist wirklich nämlich schade, muss ich sagen. Das gab es früher nicht. Und das ist für mich auch ein Grund, warum ich, wenn es so spät ist, sowieso nicht auf ein Weifecht gehe, weil ich habe echt keinen Bock auf irgendwelche Krawalle oder da noch was abzukriege. Also das ist mir zu heiß. Ja, also so viel zu der Aslimmer Cap, aber früher, in jungen Joren, waren wir auf jedem Weifecht. Ja, es gab keines, was wir nicht mitgenommen haben. Nee, tatsächlich nicht. Also was für mich immer das zweitbeste Weifecht war, war das Rehblütefest tatsächlich in Kirchheim. Das haben die, wenn ich da kurz noch ins Wort folgen darf, das haben sie so in kleiner Form, haben wir dann mal so gemacht und das wäre anscheinend gut auch gekommen. Wahrscheinlich blüht es also nicht mehr in der große Ding, aber das Rehblütefest war immer eins. Aber ich glaube, das gibt es hier vorneweg schon C50 oder nicht mehr. Also von dem sind wir, da sind wir ja alles in großer Gruppe dann heimgelaufen. Oh, zwei Monate, wo will ich das noch? Oh, ja. Also das war auch immer total schäu. Aber ich glaube, dass die irgendwann aufgehört haben, weil die Winzer hatten sich irgendwie geärgert, weil da ein Bierstand war oder irgendwas war durch. Aber auch nicht, wenn die Schlägereien wegen irgendwelcher anderen Sachen. Also ich habe kehrt wegen dem Bierstand, kann auch sein, wegen anderer Sachen, ja. Ja, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall war das auch immer ein sehr gutes Weifecht, muss ich sagen, wo ich immer gern war. Ansonsten in Fränsem auf dem Stadtmauerfecht war ich nicht so oft, muss ich sagen. Auf dem Resi war immer schön. Ja, in Kirscher-Bohland auf dem Residenzfest, das war echt immer schön. Da ist im Schlosspark immer die Band gespielt, das war richtig cool. Ich fand auch, die Meckremer Cap war nicht schlecht. Ja, das stimmt. War lustig, gell. Ja, also es war immer schöne Zeit. Auf dem Weifecht geht man auch mit Turnschuh. Ja, am besten. Niemals mit Flip-Flops. Ja. Und das tun doch immer sehr viele, also damals sehr viele. Und spätestens dann, ja, dann halt Glassplitter hinterfies. Du musst sagen, ja, so haben wir da eigentlich nie viel, gell. Also ich nicht, du, ja, ich nicht. Mein Baguettstand stand, immer Baguett. Ja, ja, also das, ne. Wenn die Jessie nicht mehr aufzufinden war, ist sie einfach so verabgehauen, der Baguettstand. Ja, das wusste ich ja, wo ich war. Jessie und Essen, ne. Aber ich muss sagen, das Lustige war, also ich bin ja schon als Kind auf dem Weifecht hier im Ort, ja, ist ja logisch. Und dann kriegt man auch Kerbegeld als Kind, ne, von den Eltern und überhaupt. Oder auch von so Nachbarn und so. Das war halt einfach so frühere Kerbegeld gekriegt. Und das Ding ist, es war schon eh und je so, die Jessie hat ihr Kerbegeld komplett verfressen, am Süßigkeitenstand. Die hat sich, das geht mit dem Kopf, Jessie. Du hast ja mit, glaube ich, zehn Jahren schon einen Bachen Nougat gekauft. Ich habe gar nicht gewusst, was das ist. Wo hast du das gekannt? Ich glaube, von Weihnachten oder so, von meiner Mutter, glaube ich, irgendwie. Also, keine Ahnung. Und ich habe grundsätzlich mein komplettes Geld in eine Grabschautomat gesteckt und habe Kuscheltiere geackelt. Aber man muss auch nur dazu sagen, zu der Zeit waren die Greifautomate auch noch richtige Greifautomate. Also die waren nicht so eingestellt, dass sie zu locker sind oder zu fesch, dass das Tier runterfällt oder dass bei jedem Fünfte ein Gewinn ist. Da war es wirklich so, dass man gespielt hat und wenn man gut war, hat man, ich hatte wirklich dann 20, 30 Tiere oder so, ja. Und damals hat es eine Marke gekostet, das Spiel, ja. Und wir sind immer Kettekarussell auf jeden Fall gefahren. Das war auch immer so fast. Also bei uns war es wirklich so, bei uns, die Kerbe, ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist, früher hat es Donnerstag angefangen mit dem Schlachtfest. Da war mir ehrlich gesagt meistens nett. Aber manchmal, doch, ich glaube, mit meiner Oma und meinem Opa war ich ein Schummo. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt kein Fan von Pelserblatt und sowas. Also, ich weiß nicht. Nee. Nee, Saumager esse ich nicht. Das Wellfleisch, du. Ja. Leberkneel auch nicht. Nee, ich mag auch kein Leberkneel. Am liebsten eigentlich nur Brotwurst. Okay, was ist Pelserblatt? Muss man vielleicht auch mal sagen. Also Pelserblatt, wie Jesse schon gesagt hat, Saumager ist meistens mit Ruf. Wellfleisch manchmal. Was ist denn Wellfleisch auf Hochdeutsch? Ah doch, Wellfleisch, das ist doch Hochdeutsch, oder? Das ist gekochtes Schweinefleisch auf jeden Fall. Dann Leberknödel, ne, isst man und Brotwurst, also Bratwurst und das alles im besten Fall mit Sauerkraut und eine braune Soße, eine Scheibe Brot. Genau, ja. So ist eigentlich Pelserblatt oder Pelseresse. Und ich, wie die Jesse, esse ich schon davon überhaupt nichts gern, außer Brotwurst. Und die esse ich am liebsten Brötchen mit Senf. Ja. Also, ich bin doch mal lieb, total Leberknepp. Herrlich. Ach, ich mag's auch nicht so. Also, das ist ein Pelserblatt, aber das haben wir nie gern gegessen. Also, ich sag mal so, wenn ich auf dem Weihfest was gegessen hab, dann meistens würde ich sagen Brotwurst oder ein Crepe. Ja. Ich war schon immer von der Süße-Fraktion eher. Aber mir war noch immer gerne am Süßigkeitestand, das stimmt schon. Es gab immer, Moore-Cape haben wir uns immer geholt, ne. Also, tatsächlich mag ich auch die Klassiker. Also, mein Opa hat zum Beispiel früher immer gern Magebrot gegessen. Ja, mein Opa hat das einmal gern gegessen. Das musst du immer mitbringen, Magebrot, ja. Ja, Magebrot. Und früher hat er auch Tüte fünf Marke gekostet. Das weiß ich noch genau. Popcorn hat mein Opa immer gern gegessen und Moore-Cape. Und der hat am liebsten Mokka gegessen, Kokos und Ruhm-Trauben-Nuss. Und früher gab's auch nicht mehr, da gab's noch normale halt, ne. Und meine Oma hat dann immer so die vier Sorte halt geholt. Und meine Oma, ich weiß nicht, ob du das kennst, die hat immer gegessen Mandelsplitter. Also, so die Mandelsplitter mit so Zartbitterschokolade, das hat meine Oma immer gegessen. Und ich wollte halt immer so Rätschen, wo so Pelcher drin waren mit so einem Glöckchen oder halt diese essbare Kette und so. Oder Kaugummizigarette, das war das Highlight bei uns. Oder Schokoladezigarette. Ja, und dieser Lippenstift, wo man essen kann. Das war eigentlich so. Oder so ein Schnuller, wo man so lutschen kann. Das waren eigentlich so die Highlights für uns. Und was mein Opa auch noch gern gegessen hat, war Napo. Oder Nippon. Oder wie hieß denn das? Napo. Napo, ja. Ja, das hat er auch gern gegessen. Und meine Mutter hat immer gern türkische Nougat gegessen. Dann hat es früher immer gegessen in so viereckische geschnittene Quadrate in rosa, braun und weiß. Ja. Welche war das immer? Und kann ich noch entsinnen? Das hat meine Tante immer gern gegessen, Tante Katharina. Und zwar gab es so, ach, solche raute Geschnitte und die haben nur Pfefferminz geschmeckt. Die waren so weiß mit rosa. Kennst du das noch? Eigentlich voll widerlich. Ich kenne nur die Schokolinse, Minse. Ah, diese Plätscher, wo die Perle drauf sind. Die Bonbons, ja, genau. Bonbons. Das waren eigentlich wie Smarties in der drin, nur das war mit Pfeffergeschmack, glaube ich. Rosa und weiß. Ne. Ne, okay. Ich meine, das war wie so, ich kann es gar nicht erklären, die Masse war wie so, ich kann das gar nicht erklären, ich kenne so Konsistenz gar nicht. So irgendwie so weich, aber nicht ganz so weich. Und es war wie so raute Geschnitte, auf weiß und pink und es hat noch Pfefferminz geschmeckt. Also wirklich eigentlich voll widerlich. Okay, ne. Ja, und ich kenne auch diese Schokolinse, das waren wie so runde Plätscher, ohne flach, mit Schokoladen, aber drauf so bunte Streusel. Ach, ja, 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 ja. Ich weiß nicht, man. Genau, ja. Die gab es also, dann gab es halt ganz normal so Schnullergummibärscher und so Schlangegummibärscher. Und was ich halt geliebt habe, war Zuckerwatte. Ach, ja, Zuckerwatte. Ich habe total Zuckerwatte geliebt als Kind und den rote Liebesapfel. Ach, ja. Den habe ich auch total geliebt. Den Schoko mochte ich gar nicht, den Schokoapfel. Also wenn, dann muss der rote Liebesapfel sein. Ja. Und was natürlich auch Highlight war, waren gebrannte Mandeln, aber die waren schon eh und je da, ja. Ja, aber die sind auch qualitätmäßig, so wie die Mohrenkapps sehr hochgelassen, ja. Krass, gell? Und voll teuer geworden, ne? Ja, ich habe jetzt so in meinem Grundschut auf der Kapp gewessen und habe ich, für uns daheim habe ich so einen Zwölfer Schachtel Mohrenkapp mitgenommen. Einen Mohrenkapp kostet 90 Cent. Boah. Und habe dann 10 Euro bezahlt und hat nach die Lieblingssotte, also Moga, Kokos und Rumtraubenuss, genau, die drei Sotten. Und ich muss sagen, also der, also am allerbeste hat mir wirklich der Moga und der Rumtrauben geschmeckt. Also der Kokosnuss, der war alles andere, aber es ist nur kein Kokosnuss. Ich habe den noch nie gern gegessen. Also von denen Sorte, die nur gewöhnliche Sorte, habe ich immer nur gern Moga gegessen. Moga ist auch mein allerliebste Mohrenkapp generell. Aber man muss dazu sagen, die Cessie und ich waren schon immer aufs Essen aus, ne? Also auf jeden Fall auf so einem größeren Weihfest, also bei uns gibt es ja größere Fechte in der Umgebung, also Emot, der Wurstmarkt halt, also das größte Weihfest der Welt, weil in Bad Dürkheim steht ja auch das größte Weinfass, glaube ich, von der Welt auch, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist halt eher wie so ein Jahrmarkt. Und dann gibt es hier noch das Backfischfest in Worms, wobei da war man nicht oft, das mochte ich irgendwie nicht. Ich glaube, er oder zwemol, oder? Aber wir waren in Lautrufdecap alles. Ach, ja, ja, ja. Und wir waren auf jeden Fall alles in Mannemuffdecap. Oder wie hieß denn das? Mannemames? Mannemames, ja, Mannemames, in der Gaststadt war mal alles. Ah, ja, ja, ja. Und auf dem amerikanischen. Und in Käfertal, genau, auf dem deutsch-amerikanischen Fecht, so war mal auch alles, genau. Und da war auf jeden Fall unser erster Gang immer Schokobananen. Ja, ah, ja, Schokobananen. Ja, die liebe ich bis heute auch. Also wenn es Schokobananen gibt, bin ich dabei. Schokofrüchte, kandierte Früchte, bin ich mit dabei. Das muss sein, bei so einem Fecht. Aber ich weiß nicht, was sie mittlerweile auch kosten, oder? Die Schoko. Wie ist es gar nicht. Ich muss sagen, ich war das letzte Mal auf dem Wurstmarkt, aber ich kann da auch nicht sagen, was die doch gekostet hat. Keine Ahnung. Ich war das letzte Mal auf dem Wurstmarkt 19. Jo. Ja, ich war letztes Mal montags mittags mit meinem Opa und meiner Tante. Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin doch kein Fan davon und auch gar nicht oben zu gehen, wenn die Masse durch sind, das kann ich gar nicht mehr. Also entweder dann montags mittags oder sonntags mittags, ansonsten bin ich doch raus aus der Rundung. Das wäre sogar schon auf dem Wurstmarkt geheiratet. Was? Stand das? Ja. So freie Trauungen. 80 Stück haben sie. Wie bitte? Ja. Ach du lösst. Ich habe einen Kunden, der ist Pfarrer von Bad Dürkheim. Und die haben gesagt, die haben 80 Trauungen. Ein Riesenrad, eine Schubkäschle. Also ich möchte nicht auf dem Wurstmarkt geheiratet. Nein. Bei aller Liebe nicht. Nein. Ich sage mal so, auf dem Wurstmarkt ist bekanntlich das Juss-Hammels-Zelt, wo dann halt die Musik geht und die Gaudi geht und nach die Stegerei immer geht. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Also früher war es ja so, dass die MP gelaufen ist dann. Ja. Ab einer gewissen Zeit. Weil die Amis ja auch noch sehr viel doof waren. Die amerikanische Polizei und die haben ja gar nichts gekannt. Die haben ja komplett durchgegriffen, sage ich mal. Also ich muss sagen, ich habe auch schon immer als Kind immer gern gelost. Ich wollte immer lose. Aber das mache ich jetzt heute nicht mehr gerne. Aber Angle tue ich immer noch gern. Angle? Ah ja, so Krabsche halt. Ach so, ja. Ja. Ja, aber man muss schon sagen, das stimmt schon. Es war schon immer teuer am Süßigkeitenstand, aber es ist halt wirklich noch teurer geworden. Aber da habe ich auch eine Anekdote und zwar, wir haben ja die gewöhnliche Sorte von Demore Cap aufgezählt. Aber irgendwann, vor 20 Jahren bestimmt schon oder so, gab es dann auch plötzlich so außergewöhnliche Sorte wie Waldmeister, Eierlikör, Erdbeer, Himbeer. After Eight. After Eight, weißt du, Kuckuck was. Und die Chessie und ich, wie gesagt, wir mussten das ja da echt probieren. Und dann sind wir in der Worms gefahren, aufs Backfisch-Fest. Aber der Witz ist, wir sind auf so Sachen auch einfach nur gefahren, um Essen zu kaufen. Ja. Und dann haben wir uns so eine Packe More Cap geholt. Ich glaube, das waren echt 24 oder so, weil das Ding hat auch wirklich, ich glaube, 22 oder 20 Euro gekostet, dieser Kaste. Und da war halt wirklich von jeder Sorte was drin. Und ich habe mit meinem Opa geklärt, weil damals war man in der Ausbildung, ne, habe ich gesagt, Ei, Opa, ich fahre doch hin, ich hole uns More Cap. Und mein Opa hat halt auch immer gerne More Cap gegessen. Ah ja, okay. Und dann hat er gesagt, was soll man uns das dehnen, ne. Und dann haben wir halt zusammen den Kasten quasi gekauft. Und die Chessie, die hat auch so einen Kasten gekauft. Und in der Woche habe ich gefragt, die hat Chessie und ich habe schon probiert, wie fandst du es und so. Und was hat dein Bruder gesagt, deine Schwester? Wieso Bruder, Schwester? Und dann hat es dir auch schon nichts gegeben. Nö. Ja, ist alles an der Endgäste. Ja. Ja, wie hast du denn das gemacht? Wie, das geht doch gar nicht. Wie, das ist alles unter dem Bett versteckt. Und gestern, wenn keiner geguckt hat. Boah. Ja. Das ist typisch Chessie. Ja. Das stimmt. Und wahrscheinlich typisch, wenn man Geschwister hat. Ich weiß nicht, ich hatte nie welche. Aber das ist auch noch so eine Story. Und dann gibt es noch eine Story. Und zwar, meine Oma und mein Opa waren selbstständig, hatten Getränkehandel. Und die hatten immer Dienstagsruhetag. Und früher, ich weiß nicht, ob es heute ist auch Dienstag zum Waschmarkt noch offen, gell? Oder? Ja, ne. Die haben... Also, früher war es so. Ich glaube, die haben jeden Tag offen. Aber, ich glaube, nicht alle Fahrgeschäfte. Ich glaube, Ess und Trinke kannte, glaube ich, doch irgendwie. Also, früher war alles auch abends, Dienstagsmittags. Und auf jeden Fall war auf dem Waschmarkt, oder es ist auf dem Waschmarkt immer noch so Stände, wo man Gewürze kaufen kann und eine Uhr und Lederware. Eigentlich so ein bisschen gemacht wie so ein fliegender Markt. Oma und Oma, mein Opa sind immer gern dorthin und haben sich ihr Gewürz gekauft. Also ihr Gemüsebrühe und weißt du, guck, guck, was. Also, auf jeden Fall, Tess und ich, wir waren so 15, würde ich sagen, 13, 13? Ja, ich glaube, wir waren 13, oder? Ja, sowas, ja. In dem Dreh. Die Story. Auf jeden Fall. Ja. Durften wir dann mit und durften allein auf dem Waschmarkt rum. Jeder hat sein Geld gehabt für den Wasch. Ich glaube, jeder hat 20 Euro oder so. Und natürlich, ich war schon immer voll der Fan. Mag, ja. Und ich war schon immer der Fan, alles zu fahren. Weil ich habe, je oller, desto doller fand ich es, je mehr Loopings auf der Achterbahn und je mehr überschlage sich das hat, musste ich das fahren. Und am besten auch, wenn neue Sache war, natürlich. Auf jeden Fall gab es so ein Batman-Mobil, glaube ich, hieß das. So. Auf jeden Fall war das wie so eine viereckige Kaste, links und rechts aufgehangen. Und dann ist der halt so hochgefahren und dann hat er sich nur vorne und hinten bewegt, keine Loopings. Oder hat er Loopings gemacht? Ja, keine Loopings. Nee, ne, nur vor und zurück und so wie so Schaukel auch so ein bisschen. Und die Jessie sitzt neben mir und wird immer weißer. Und das Lustige war, ich weiß noch, dass wir, wir wollten einen Typ treffen. Warum wollten wir den Typ, was für ein Typ war das? Aber du hattest das Date. Du wolltest diesen Typ treffen. Ich? Ja. Ja, das hier ist Date. Wir waren auch in der Schule. Ja, du hast du. Ich weiß nicht, woher der, ich glaube, irgendwie war ich auf einer Freizeit. Auf einer Kinderfreizeit, Jugendfreizeit mit meiner Cousine. Und irgendwie, glaube ich, war der von Bad Dürkheim. Und irgendwie wollte ich den mit dir verkupplen und habe irgendwie gesagt, also keine Ahnung, wie das von stattdessen ging. Ob der bei der Tabea dann mal war oder ich weiß es nicht. Und ich so ein Bild gezeigt habe. Oder du, den du gesehen hast, auf einer Party. Doch, klar. Ich glaube, wir waren doch auf einer Party damals auch in Birkenheide. Kannst du noch in den Sinne? Nein. Ist egal. Auf jeden Fall, wir wollten diesen Typ dort halt auch noch treffen. Und die Jessie und ich fahren dieses Batman-Mobil. Und die Jessie wird immer weißer. Und der Fremd muss sagen, Jessie, was ist? Ich muss kotzen. Das heißt, Jessie, dreh deinen Kopf um. Ich will es nicht abkriegen. Auf jeden Fall, es ist passiert, das Übel. Die Jessie hat schwarze Jeans gehabt. Vom H&M. Und dann habe ich gesagt, Jessie, was hast du denn gegessen? Ah ja, Leberwäsch ungequält. Und das hat sie dann auf dem Haus hängen gehabt. Oh, ey. Auf jeden Fall hat sie dann versucht, die Toilette sauber zu machen. Und ich weiß noch, du hattest so eine schwarze Weste bei dir. Du hast dann umgehangen, dass man es nicht so gesehen hat. Ja. Oh Gott. Das war auch echt so eine typische Jessie-Story. Wirklich. Oh Gott. Von der gibt es sehr, sehr, sehr viele. Ja, die gibt es echt sehr viele. Sehr, sehr viele. Ich bin mir gerade, ob es von mir auch so eine Story gibt. Aber von mir gäbe es so eine Story, so viele Kerbe und so nicht. Ich wüsste jetzt nicht, oder? Nein. Ich habe mich immer nur kaputt gelacht. Ja. Ja, und was ich einmal so krass fand, es gibt halt auch noch so einen Losstand, wo man Blume lose kann. Das habe ich immer gehasst. Das wollte meine Mutter immer. Furchtbar. Und dann hatte ich immer nur die Grünpflanze da um Bumple gehabt. Ja, aber früher war das bei uns tatsächlich so, wenn Wurstmarkt war, dann war ich auf jeden Fall end Samstag mit meiner Mutter und ihrem Freund. Und mein Vater hat mich meistens montags mitgenommen, vor Feierwerk zu gucken, montags obens. Und mit meiner Oma war ich meistens dünnstags. Und ab wann sind wir alle entgangen? Mit 60 schon, ne? Ja, weil oft hat die Jo heute ja in dem Zeitpunkt auch immer Geburtstag und oft sind wir danach. Aber wir waren immer so 10, 15. Ach, du gibst auch noch so eine Story. Und zwar dann kam, also ich war ja auf der Berufsschule in Dergem, du ja auch, ne? Wir waren alle auf der Berufsschule in Dergem, gell? Ja, die Jo hat irgendwann gewechselt. Die Jo hat ja mittlere Reife dort gemacht, aber ich war in der Ausbildung dort. Ach so, ne, die Jo hat die Ausbildung, wir hatten die Ausbildung im Berufsschule, weiß ich gar nicht. Ne, aber du hast doch auch Friseur-Ausbildung, war doch auch bei der Schule in Dergem. Ja, ja, aber die Jo war die? Die Jo war... Was hältst du auch? Oh, ich weiß gar nicht, ja. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wir waren in Bad Dürkheim und die Jo, wie die Jessie gesagt hat, heute im September Geburtstag, das war immer um den Waschmarkt rum und dann war man nur in der Schule. Ich glaube, das war was, so habe ich schon Abend, ich habe nochmal oben Schuljummer-Abi in Dergem gemacht, auf der Berufsschule und da war ich mit der Jo nur in der Schule, glaube ich, auf dem Waschmarkt gewesen und dann gab es eine neue Attraktion und zwar war das eine Kugel und die waren zwei Schnüre aufgehangen. Ja, da war ich dabei. Genau, auf jeden Fall, wir waren dort und die Jo hat gesagt, ah, sie hat Geburtstag, sie will das unbedingt fahren und es war sauteuer, ich glaube, 15 Euro oder Mark waren das? Euro, Euro, ne? Euro. 15 Euro oder 18 Euro, du fahrt kurz, mach so, nee, ich lade dich ein, ich habe Geburtstag, wir fahren das hier und her und tralala. Okay, auf jeden Fall, wir in die Kugel rein. Die Jo hat schon gekriegt, bevor das Ding losging. So hat sie alles gemacht und das ging nicht gerne. Tschö, 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 wir sterben, wir sterben. Und das Ding ist, diese Lautsprecher gingen über den kompletten Wurschtmarkt. Und dadurch, dass die Jo so geschrien hat, obwohl es, glaube ich, Dienstag oder Montag Abend war und da wirklich nicht viel los war, weil es schon spät war, es war ja nur in der Schule, sind die ganzen Leute kumme Gucke, was für eine Chaote da drin hocken, weil ich habe mich natürlich Tränen gelacht und die hat gekriegt, was für eine Chaote das sind. Und dazu gibt es auch noch einen Film. Wir haben die DVD nämlich damals gekauft, dazu. Aber ich weiß jetzt nicht, wo es ist, ja. Das war auch noch so. So eine lustige Anekdote. Und der Witz ist auch, die Jo hat nie Wein getrunken, die hat immer Bier getrunken. Sie hat nämlich nur Bier vertraut. Früher konnte man doch auf so einem Tower die Grüße schicken. Ach ja. So Geburtstag, so Grüße. Beim Freefall Tower. Ja, da haben wir doch schon immer die Geburtstagsgrüße geschickt. Ah ja, das wüsste ich gar nicht mehr. Doch, doch. Ja, man alles sagt, guck mal nuff, guck mal nuff. Dann muss man auf jeden Fall erzählen, wie die Jessie mit ihrem Mann zusammengekommen ist. Da ist nämlich achte Wurstmarktra schuld. Wir waren auch unter der Woche, war das Montag oder Dienstag, ich weiß es nicht, aber wir waren unter der Woche obens auf dem Wurstmarkt mit noch einer bekannten Ausdärkung. Auf jeden Fall an dem Tag kurz geschüttet aus aller Eimer. Eigentlich hätte man gar nicht gehen sollen, weil wir waren wirklich bis auf die Unterhose nass. Auf jeden Fall, weil es so kalt war und keine Ahnung, die Laune hatten, haben die Jessie ihren Mann gesagt, sie trinken ein Krabbel-die-Wand-Nuff, ne? Ja, weil für jeden Auswärtige, der das nicht kennt, der wird in der Regel von einem einheimischen Eigeladen ein Krabbel-die-Wand-Nuff trinken. Das ist der ekelhafteste Schnaps. Obwohl, ich bin am Überlege, ob Mama Juana in der Dom-Rap schlimmer ist oder Krabbel-die-Wand-Nuff schlimmer ist. Also ich glaube, die schenken sich nicht viel. Also es ist beides ekelhaft. Aber wie es halt so ist, nur um zweite, dritte schmeckt man es halt, Nimi. Du laufst halt nur noch runter. Und früher hat auch so ein Schnaps zwei Mark gekostet. Keine Ahnung, was das heute kostet. Auf jeden Fall, Jessie und ihren Mann trinken am ersten Schnaps-Ständchen, weil es gibt auch verschiedene Schnaps-Ständchen, da krabbel die Wand nuff. Okay. Dommer und ich und die Bekannte, mir hin und her, und wir haben uns kaputt gelacht, weil die zwei haben sich gebettelt an jedem Schnaps-Stand. Weil dann hat die Jessie gesagt, die hat zur Studie bezahlt, am nächsten Schnaps-Stand bezahle ich einer. Und es ging dann halt zu jedem Schnaps-Stand, haben die sich gegenseitig einen Schnaps bezahlt, immer im Wechsel. Aber der Witz ist, dass sie irgendwann nicht gecheckt haben, dass wir im Kreis gelaufen sind. Doch, ich habe es gecheckt. Aber sie wollte es mitmachen anscheinend, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren die zwei Rotzditte voll. Bis wir am Auto waren, war schon ein Drama. Also das war schon wirklich eine Katastrophe. Und auf dem Rückweg, ich glaube, wir haben eine Stunde, wenn es reicht, länger gebraucht, von Bad Dürkheim bis zur Grundstadt, weil wir wirklich alle zwei Meter anhalten mussten, weil die Jessie raus muss. Und es ging dann auch bis vor unserer Hausdär. Und der Jessie, ein Mann, der ist mit trätzchnassen Klamotten eingeschlafen, mit offener Balkontür, ist aber an der Tags-Schaffe gegangen. Ich auch. Zum Schaffe ist er pünktlich Wachwoche und du auch, ja. Und ich weiß auch, du hast eine Fischbrötchen gegessen gehabt. Du musst immer die ekelhafteste Sache essen, wenn du dich übergeben musst. Das war auch noch echt so eine lustige Story. Und ich glaube, du dazu gibt es auch noch einige Videos, muss ich da irgendwo haben, wo ich schon von euch gedreht habe. Ja, gibt es, ja. Ja. Also Jessie, du hast vor deinem Leben Cap und Wolf echt gerade sah ich dir. Ja. Also du hast nichts ausgelostet. Ne. Ich überlege wirklich gerade, aber eigentlich fällt mir du nichts ein, weil ich habe wirklich eigentlich immer nur gelacht dann. Ja. Du hast nicht so viel Sache. Ne. Ne. Ich gucke mal, wenn ich als in der Ball gewesen wäre, wäre es nicht so lustig gewesen. Ach Gott, das war ein Witz jetzt. Doch, ich weiß noch, eine Story stimmt, die fällt mir auch noch ein. Kallstadt, und zwar waren wir halt schon immer mit, sage ich, also für uns mussten nicht erst LDBGDQ oder wie das alles heißt, Kummer und Regenbogen. Wir hatten schon immer Schwule und Desperfreunde. Ich sah es jetzt einfach so, wie es ist. Und wir waren auch schon immer auf schwule, lesbe Partys voll gern. Also für uns war das nie eine Frage, ein Thema oder sonst was. Ja, also gab es für uns nicht. Wir sind nur damit groß geworden. Und wir waren eben mit so einem Freund auf der Kerbe und dann hat er halt so einen Glatzkopf gemeint, er muss mit dem Stress machen. Und da war noch eine andere Freundin dabei. Und die andere Freundin, der, wie soll ich das jetzt sagen, wenn ich jetzt sage, schwul klingt das so abwertend, also der Mann, wo dabei war und ich, wir haben dann quasi auf diesen Hansel von Glatzkopf, ja, dem haben wir halt Andy gebt, weil der halt ihn schlagen wollte, ne. Und wir drehen uns um und es war totales Gerangel kurzzeitig und Jessie war weg. Und jetzt sag ich, hä? Wo ist denn die Jessie? Weil die war die größte und die breitsteigendlich. Die hat Elmo bumm gemacht und wäre alles gut gewesen. Aber die Jessie hat Panik gekriegt. Und das Abkau. Boah, wo bist denn du noch hier? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich da war. Ich stand eh wo. Ich hab eigentlich noch gesehen. Na jo. Beobachtet Hotzes. Das war wieder typisch Urschel. Wenn es Äscher gibt, abmarsch, fies in die Hand und ciao. Da fällt mir eigentlich noch so Wollkärbe-Story ein. Ich wüsste es nicht. Also in Deidesheim war man nie so oft auf dem Cap, obwohl die Jo hat ja den D-Hof geschafft. Also die war doch ja schon alt immer. Aber das war schon für uns alles zu weit. Also in die Richtung war man eigentlich nicht. Wir waren eigentlich eher immer hier in der Region. Das war eigentlich so am schönsten, ne. Ah, und ich weiß noch eine Story. Eiseberger Cap. Freitag. Bin ich raus, war ich nicht dabei. Doch, doch, du warst schon dabei. Ach, ja, 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 ja. Ach, ich bin gefahren. Ach, ja. Wir wollten eigentlich nichts machen an dem Freitag. Ich war ja schon immer im Einzelhandel, muss samstags schaffen. Aber die Jo hat irgendwie, glaube ich, samstags frei gekriegt. Die war ja in der Gastro, also musste immer schaffen. Das war halt Seltenheit. Ah, komm, wir gehen kurz hier, Stündchen können wir doch gehen. Wir auf die Eiseberger Cap, das war damals in der Hall, ich weiß nicht, ob das Heizet auch noch in der Hall ist. Auf jeden Fall gab es dort Daikiri und das Daikiri war damals so Mode, würde ich sagen. Also es ist so relativ neu rausgekommen und es war dann so Trend, dass man immer Daikiri getrunken hat. Ich weiß nur noch, der Daikiri war rot. Auf jeden Fall, die Jo hat angefangen, uns Daikiri auszugeben. Irgendwann war die so gut bedient, dass sie die Daikiri hat sich getreten, hat die Daikiri quasi im Zirkel verteilt, auf uns alle drauf. Auf jeden Fall aus dieser Stunde, wo wir bleiben wollten, war es dann so, dass wir rausgekehrt worden sind und die Jessie hat ihren Schaff, uns die Fracht heben zu kriegen. Weil solange wir mit der Jessie von Bad Dürkheim heben gebraucht haben, hat die Jessie mit uns gebraucht, von Eiseberg auf Grünstadt, musste andauernd anhalten, wegen der Jo aber, sodass die Polizei gefroht hat, ob alles in Ordnung ist und die Jessie hat gesagt, ja, und dann hat die Polizei zu dir gesagt, bringen sie die Fracht gut heben. Und dann, an dem Tag, hast du mir erst mal die Jo Nuff gekriegt, also die Jessie hat die Jo hochgebracht, mit Ach und Krach und dann hat sie versucht, mich aus dem Auto zu kriegen und es war anscheinend so schwierig, dass meine Oma wachgebrochen ist und mich dann aus dem Auto geholt hat, mich ins Bett gebrochen hat, mich ausgezogen hat, mein komplettes BH war rot von diesem Daikiri. Hast du nicht irgendwas Weißes an? Du hattest doch so Weißes... Anscheinend, ja. Also so zwei irgendwie zusammen. Es war alles rot. Ja. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass meine Oma mich dann morgens geweckt hat, weil ich musste schaffen gehen. Ist klar, wer oben feiern kann, kann morgens auch schaffen gehen. Und auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwie fertig gemacht, bin auf die Airwet gefahren. Ich meine, ich habe ja im Einzelhandel erst um 10 Uhr angefangen, das war jetzt noch human, sage ich mal. Aber meine Oma hat zu mir gesagt, das machst du Nimi, sag ich dir. Also das mache ich Nimi mit. So viel trinkst du Nimi, dass ich dich so ins Bett bringen muss. Wenn ich überlege, wie ich so wie ein Scheppes Siviner auf der Airwet gestanden habe, da haben die gesagt, oh, warst du schon lange fort? Aha. Und nur die erste Pause ist dann gegangen, wenn man mal den Kaffee getrunken hat und was intus hat, gell? Ja. Boah. Ja, aber früher war das bei uns gang und gäbe, jeden Tag unterwegs, ne? Ja. Ja, also das ist jetzt auch noch so eine Story, die mir eingefallen ist, aber sonst wüsste ich jetzt wirklich, kein Weihfest, sorry, mehr, oder? Ja. So, was wir so Lustiges erlebt haben. Ja, das war mo aus dem Nähkästchen geplaudert, nenne ich es mo, haben wir jetzt mo, ne? Ja. Gibt es irgendwas noch generell zum Weihfest zu sagen? Also früher, weiss ich noch, gab es immer einen Käsespieß mit Traube zu Kaffee. Das gäbe es ach gar nicht mehr, gell? Ist mir mir aufgefallen. Es gibt eigentlich nur noch Brotwurst, Saumage und was weiß ich. Also früher habe ich gefühlt, Sobi-Baguette. Ja, also früher habe ich gefühlt an jedem Weihstand, wo es Käse gab, zumindest aber einen Käsespieß für zweimal 50 Kaffee kenne, wo so Gouda in diesem Blöck war und Traube. Ja. Das gibt es auch, ne, Mika. Ja. Dann diese so Kartoffeldinger gibt es da jetzt mittlerweile. Was für Kartoffeldinger? Oh ne, Flammkuchen, meinst du? Flammkuchen gibt es? Wo gibt es Flammkuchen? In Aslem-Una-A gibt es auch Flammkuchen. Wo? Also da, wo gegenüber vom Knobibaguette stand. Echt? Ja. Da, wo am Dorfhanger, ohne wo das Schrot sein Stand hat. War nicht gesehen. Gab es mal Flammkuchen? Ich bin mir nicht so sicher, ob es so letzte Flammkuchen gab. Also ich bin jo als Mundra vorbeigelaufen morgens. Ich glaube, da gab es eher so Schwenksteg und sowas war das. Ah, okay. Aber Steg habe ich noch nie gegessen auf der Kapp. Ich habe immer nur Brotwurst gegessen. Nur mit Baguette? Selbst Pizza, glaube ich, auch nur. Pizza auch nur selten. Also für Dommer ist Standard-Pizza. Also wenn der was auf der Boy-Cab esse, ist Pizza. Ne, ich weiß nicht, ist alles nicht so meins. Lieber so Baguette wie du. Ne. Ja, also letztes Jahr war gar nichts. Also ich meine, klar, wir waren ja nicht auf der Kapp letztes Jahr. Aber wir wollten tatsächlich sonntags oben, da waren die Geschwister vom Dommer-Dohne, wollten wir eigentlich drüber laufen und uns einfach nur was zu essen holen und wieder heim laufen. Ohne, wir sind dann auch drüber gelaufen, aber alle Essensstände hatten zu. Was? Ja. War alles zu. Ach Gott. Ja. Ich weiß noch, wir wollten letzte Woche, äh, letzte Lüge wollten wir Montags gehen, oben, so war es aber so heß. Da waren es so, oben so um 70 Uhr noch, 30 Grad, das ist mir nicht gegangen. Ne, ich war gar nicht. Ah, und was mir noch eifert, früher gab es mal diese Brausestäbchen noch. Ach ja, ja. Gell? Ja. Ja, das stimmt. Gibt's auch nicht mehr so, gell? Ach Gott, die ganz große Packung, also so. Ja, ja, so richtig dick war das. Ja. Boah. Ne, das gibt's auch nicht mehr. Ja. Ja, gut, ich weiß nicht, früher bist du halt, sind die Bufe, oder ja, oder ich sag mal, die Coole sind meistens Boxauto gefahren, ich muss sagen, das mochte ich gar nicht so gern, das war mir zu radikal, wenn du so Raudis auf der, Ja, so Autoscooter bin ich auch nicht gefahren. Ne, und ich mochte auch dieses Gebums, also dieses Vor- und Zurückdauern, das mochte ich irgendwie noch nie. Also wenn dann Kettekarussell oder so normale Reitschule bin ich gern gefahren. Das stimmt, ja, Kettekarussell, ja. Aber wenn ich überlege, so was ich so früher alles gefahren bin, oder ne, das kann ich auch nicht mehr so, das, was sich so dreht, gell, da wird man es dann auch irgendwann schlecht. Ne, ich kann das, was so Schiff, sowas geht gar nicht. Und Jessie, weißt du, was früher auch immer wirklich Standard war, dass man sich eine Scheibe Kokosnuss gekauft hat. Ach, ah jo. Das so wie so ein Brunnen war, wo dann so Kokosnuss, so Wasser runtergelassen ist. Manchmal kriegt man das heutzutage noch, aber voll selten. Komisch, gell? Ja, was ich immer gemacht habe, ist beim Kaufen an einem To-Go-Regal, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt auch noch gibt, da gab es aber immer so kleine eggische Kästchen mit Kokosnussstücken drin, die habe ich mir dann alles geholt. Das fand ich immer ganz gut. Aber ja, früher, also so ein Stück Kokosnuss fand ich auch, so ein Brunnenbrot. Ja, schön frischend. Und hat es früher nicht auch als Softeis gegeben auf manche Feste? Ja, sogar, auf dem Walschmach hat es nicht auch so, sogar Ding gegeben. Ja, mit verschiedenen Sorten, ne? Ja, und Mais. So Maisdinger, Maiskolbe. Ja, das weiß ich gar nicht. Oder? Aber ich glaube, du hast recht, ja, weil ich habe auch schon immer gerne Maisgesse. Ich glaube, da gab es, stimmt, Maiskolbe. Gab es auch, ja. Ne, das Softeis, weiß ich noch, das war früher fest an dem Kiosk. Ich weiß nicht, ob es das halt auch noch gibt. Aber irgendwann ist man von dem Softeis abkommen, wir gesammelt wurden. Ja, ich glaube, ja. Ja. Ja, und irgendwann gab es auch die Zeit mit den Slushs. Ja. Und früher war dieser Slush doch immer mit diesem Hund, mit der Schlapprohr, wo der hat so Kapu, das waren so die Erste. Ja. Und das kam irgendwann raus, und dann war das total der Hit, und dann wollte man immer Slush trinken. Ja, oh. In Blau und was weiß ich. Ja. Und Tessi, weißt du, was ich vergessen habe, was es früher gab? Ich weiß gar nicht, ob es das noch gäbe, diese Tube mit Kaugummi. Ach, ja. Wie so Cremetub, wo man so aufschrauben kann, in den Rostsatz. Oh, das habe ich geliebt. Und dann gab es irgendwann, gab es die zum Rollen. Das war wie so Maßband. Ja, stimmt. Dieses, ja genau, das habe ich auch geliebt. Ja, generell. Warum hat man eigentlich als Kind Kaugummi so geliebt? Ich verstehe es gar nicht. Ich gar nicht. Und es gab diese Ringe, wo man anziehen konnte, da war dann wie so ein Lutscher drauf. Ja. Stimmt. Das hatte ich auch alles. Ja. Und es gab diese Babyfläscher, wo diese Perle drin waren. Aber weißt du, ich weiß auch nicht, ich wollte immer so Rätschen haben mit einer Pelle oder das Babyfläscher, obwohl die Pelle mir gar nicht geschmeckt hat. Nee, die war so hart irgendwie, Ja. Ich habe die auch nicht gemocht. Aber ich wollte halt immer den Kram durchhaben. Das Rätschen und die Flasche. Ja. Ja. Und eine Lebkuche hat es, das habe ich nie gekriegt, wollte ich auch nie haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, das ist, das ist, ja, ich weiß nicht. Und es war immer schon da, ja. 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 Ja, also so viel aus unserem Schwank, aus unserer Kerbezeit. Wenn wir irgendwelche Storys vergessen haben und jemand noch welche von uns wehst, gerne in die Kommentare rein. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und wir haben jetzt mindestens, würde ich sagen, zu 70 Prozent Pelzisch gerät. Jo. Für alle, die es nicht verstehen, sorry, das ist halt ein Pelzer-Stammtisch und es geht um die Pelzer-Woi-Cab. Jawohl. Und ich stehe jetzt da, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Alle, servis, ciao, machen's gut. Servus, alle dann. Tschüss. Jo. Jo.